Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf unseren schönen Roblox-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start bist und heute, liebe Freunde, müssen wir mal aus einem Hotel flüchten. Letztes Mal mussten wir aus dem Haus einer Oma flüchten, heute aus dem Hotel. Kann man auch immer machen, ne, sind auf jeden Fall dramatische Probleme. Ich möchte auch nämlich aus meinem Luxusurlaub flüchten, kann man sich gar nicht, kann man gar nicht anders sagen. Ja, und erstmal hallo Thomas an dieser Stelle. Hallöchen, und das ist halt ein bisschen problematisch, wenn man einfach die Rechnung nicht zahlen kann. Was macht man? Aus jemandem flüchten. So, dann würde ich sagen, wir lesen mal ganz kurz durch, was der Kollege sagt. Er schreibt, der Manager ist sauer und hat uns alle eingesperrt im Hotel. Lasst uns ausbrechen. Okay, so geht es nochmal nicht. Das hat ja schon mal gut angefangen. Ich würde eher sagen, wir nehmen den Weg hier. Moment. Nein, nein. Müssen wir hier gegenhauen? Gegenhauen? Ne. Funktioniert auch nicht so ganz. Okay. Alles. Da hat sich eine Tür geöffnet. Ja, und wo ist diese Tür? Hier. Hier. Hey, du bist doch da gegen den Rand. Oh, hab ich gar nicht gemerkt. So, drücke den Button, um in den Van zu kommen. Okay. Das ist das Button. Los geht's nach oben. Dann sind wir mal oben. In geheimer Mission. Okay. Dann sind wir jetzt hier in diesem Lüftungsschacht. Und Leute, ihr wisst natürlich auch, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefallen sollte, unbedingt jetzt eine positive Bewertung dalassen und abonnieren für mehr Roblox-Videos. Würde uns mega freuen. Genau, ihr habt richtig gehört. Also los auf den Blatt. Und Leute, eine Sache. Ich hab beim letzten Mal, als ich aus dem Haus von der Oma geflüchtet bin, vergessen, den zweiten Checkpoint zu benutzen. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Danke, dass ihr mich da so teilreich drauf hingewiesen habt. Aber ja, so viel dazu, ne? Ja, ich werd dich auch nochmal dran erinnern. Ja, jetzt geht's gerade. Alles gut. Was sagt der liebe Kollege denn hier? So, der Aufzug wurde blockiert. Wir müssen die Nottreppe nehmen. Oh, okay. Dann nehmen wir halt die Treppe nach oben, nach unten. Das ist eine gute Frage. Ich denke mal nach oben. Ja, nach oben sieht besser aus. Oh, hier sind schon enorme Dampfwolken. Und jetzt. Und weiter geht's. Okay. Das heißt, es ist ein bisschen Geduld angesagt. Einmal abwarten. Und dann hier nochmal abwarten. Und wieder rüber. Und guck mal, was für ein Bild hier ist. Subscribe to Dennis. Moment. Aber man sieht schon mal hier so ein bisschen. Ach, cool. Dennis Roblox, für die Leute, die ihn nicht kennen sollten, ist ein US-amerikanischer YouTuber, der auch Roblox-Videos macht. Hm, wie kommen wir denn hier runter? Okay. Erstmal entspannen, ne? Der Ausbruchversuch ist ziemlich anstrengend. Also bitte. Wir können eine Runde schwimmen, entspannen hier ein Ründchen. Ja, kann man auch mal machen. Oder auch nicht. Aber schöner Anblick hier, ne? Ja. Mach mal ein Foto von mir. Mach doch ein Foto. Okay, okay, hier. Yeah. Tschink, tschink, tschink. Also weiß ich es wirklich nicht? Nee. Also ich wüsste jetzt wie. Da ist ein Knopf. Nein. Sicher? Der Knopf hat nichts... Ah doch, warte mal, Moment. Ja, guck mal. Und jetzt. Ach, lol. Ich dachte was anderes. Ja, gut. Was sagst du denn? Ich dachte eigentlich, ne? Ich dachte, wir müssen da runterspringen. Wow. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hä? Sieht aus wie ein Atomreaktor. Das ist aber ein bisschen fragwürdig, was hier für Geschäfte... Also bitte, ne? Fürs Hotel, da gibt es eine schlechte Bewertung, wenn die mit sowas hier arbeiten. Das ist auf jeden Fall sehr fragwürdig, ne? Ja. So, dann geht es hier weiter. Checkpoint. Oh, da musst du aufpassen. Oh, die fliegen runter, diese Platten. Da darfst du nicht zu lange stehen auf diesen verrosteten Platten. So, und da sind wir auch wieder beisammen. Und, ey, Checkpoint einnehmen. Sehr gut, hast du das gemacht. Und das... Ah! Die stürzen hier auch ein. Natürlich. Okay. Wow, wow, diese Laserschwärter hier, ne? Zack, einmal rüber, zack, hier auch rüber, hier auch rüber. Also, wenn man hier an der Seite steht, dann passiert ja auch gar nichts. Ja. Also, alles gut. Das ist mir gerade auch direkt aufgefallen. Jetzt müssen wir auf diese Röhre springen. Oh, das ist ziemlich knapp. Da muss man aufpassen. Ich finde das gar nicht so einfach, muss ich sagen. Oh, da bin ich runtergeflogen. Da bin ich jetzt leider verseucht. Ich schreibe da immer minimal auch dran, so. Aber jetzt, jetzt. Und, ja. Nein, schon wieder. Warte mal. Oh, nee, ich dachte, ich habe einen Trick gefunden, dass man einfach nur runterlaufen muss. Aber das klappt leider auch nicht. Also, gar nicht mal so einfach. Ey, ich finde es mega schwer, die Stelle hier. Ja. Das ist echt... Also, da muss man sich anstrengen. Ja, wo bist du gerade? Oh, jetzt habe ich es geschafft, nach ganz unten. Man muss wirklich in der allerletzten Sekunde abspringen. Ja, genau. Ah, jetzt habe ich den Checkpoint auch. Ach, du warst hier schon an diesen... Hier, ja, natürlich. Wow. Wow. Oh, da muss er ja schon beim Zirkus gewesen sein. Ah. Boah. Da musst du wirklich das gut timen. Ja. Ich schotte gerade zu. Und, und, ja. Und, und. Und, und. Und, und. Jawohl. Und noch mal in der letzten Sekunde. Und jetzt habe ich bloß nicht daneben springen. Und jetzt, jetzt, jetzt. Ah, geschafft. Geschafft. Ja, dann können wir jetzt den Reaktor auch mal zerstören, hoffentlich. Oh, wir sind runtergeflogen. Checkpoint. Oh, das ist nicht so gut. Und jetzt ist hier Lava. Lava auch im Hotel, ey. Also, die Sprünge, die Sprünge sind halt echt so aufgebaut, dass du teilweise, oh, ich will jetzt mir nicht leider in die Lava gesprungen. Man muss genau am äußersten Rand stehen und dann eine Sekunde verzögert, teilweise abspringen kommt mir so vor. Ja, genau. Hast du es geschafft? Ne, ich bin schon wieder in die Lava. Ja, ich auch. Der, beim letzten Checkpoint, der ist verdammt. Der ist verdammt weit, ne? Boah. Okay, das ist... Vielleicht gibt es da nur so eine spezielle Ecke, die man dann anvisiert. Ja, aber ich bin dann... Guck mal, hier eine Ecke, die zweite und... Yes! Ja, geschafft. Hast du es geschafft? Geschafft, ja. Boah, war das knapp. Okay, ich habe es aber hinbekommen. Alles gut, Leute, war mega einfach. Ich wollte es nur spannend machen. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt hier den Checkpoint und jetzt einmal hier... Oh, jetzt bin ich schon wieder in die Lava geflogen. Ey, Freundchen, was soll das hier? Hier tue ich mir das ein bisschen schwer. Was? Wie bist du denn hier durchgekommen? Wo? Hier, wo diese Lava-Blöcke sind. Hä, easy, einfach rüber. Ja, das ist mir auch klar, dass ich darüber muss. Okay, wir werden jetzt hier nach oben katapuliert von einem zum nächsten. Und dann sind wir jetzt auch jeden Moment dort oben. Und jetzt schaue ich mich mal um. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier hochklettern. Was haben wir hier? Wow. Da bist du ja. Das aussieht wie bei Super Mario. Ja, aus so einer Röhre. Genau, stimmt. Ja, genau. Nicht schlecht. Abstände sind echt enorm breit gemacht. Das sind enorm große Abstände, ja. Ich schaff's doch teilweise gar nicht durchzuspringen. Ey, schon wieder durchgefallen. Das ist echt extrem. Also wirklich, das ist nicht einfach. Ich glaube, ich weiß, wer das machen muss. Man muss davor springen. Ja, man muss wirklich einen Schritt schon an der Kante drauf sein. So, siehst du, wie ich das gemacht habe? Nein, du musst... Nein, 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 das hast du falsch gemacht. Okay. So, jetzt... Siehst du, ich springe? Ja, jetzt sehe ich ja nichts. Siehst du das bei mir? Warte. So, siehst du? Ich springe schon davor, so. Irgendwie kommt man dann weiter, glaube ich. Also quasi so die ganze Zeit springen. Nein, nicht stoppen. Du musst dadurch, dass du springst, an die Kante rankommen. Nein, du rennst ja weiter danach. So, jetzt... Genau, jetzt springst du? Nein, das passt aber von Abstand nicht. Natürlich passt das. Schau dir das doch mal an. Hä, geht auch so. Moment, guck mal jetzt. Guck mal, wie ich das gemacht habe. Ich springe. Zack. Siehst du? Ja. Ja. Nee, das gefällt mir nicht. Ich habe dann anders gemacht. Naja, so viel dazu. Okay, dann kommen wir weiter. So, und da ist auch eine Tür. Die machen wir mal auf. Und... Wow. Ein Smiley. Eine Smiley-Wand. Ja. Wir müssen wir durch. Weiter. Okay, also... Ich bin genau im richtigen Moment durchgekommen. Ziemlich verrückt hier, dieses Hotel. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ist halt ein sehr außergewöhnliches Hotel. In so einem Hotel war ich persönlich auch noch nicht. Ja. Was ist das denn hier? Oh, hier gab es... Wie kommt man... Stein in einem Hotel. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das hast du gut erkannt. Dankeschön. Warte mal, jetzt. Und... Ah, die haben wir geschafft. An die Kante stellen. Zack. Und... So, und... Jetzt sind wir hier oben. Perfekt. Okay, hier ist auch wieder so eine grüne Schleimmauer. Und da bin ich jetzt leider hängen geblieben. Aber zum Glück haben wir ja einen Checkpoint gehabt. Das ist deshalb auch gar kein Problem für uns. Jetzt hier muss man die Mitte finden. Oh! Ja, so kann man es auch bänden. Ja. So, hier entlang. Ups, da war mein kleiner Zeh wieder auf der Fläche. Ey, das ist verdammt. Schwierig. Das ist schon eng, ne? Komm mal. Ich mache jetzt die First Person und laufe. Bewege mich ganz... Ups, das war auch wieder einen Schritt zu weit. Äh, ja gut. Ich habe es geschafft. Wir haben mal gesagt, dass das leicht sein soll hier. Okay, von oben. Manövrieren und weiter. Von oben ist es einfacher, genau. Yes. Und durch. An die Wand ran und sprung. Ja, voll. So geht das. Man muss hier aber gar nicht hin, oder? Äh. Doch. Okay, doch. Doch. Ein bisschen leer hier, ne? Wo ist die Aufzugmusik? Tading. Din, 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 din. Was hast du hier den Karate hochgebaut, oder was? Was? Wo? Du hast den Aufzug kaputt gemacht. Äh, sorry. Ich habe dir auch gesagt, spring nicht so viel. Jetzt müssen wir wieder hochklettern. Na, klasse. Ja. Klassiker. Wer kennt es nicht? Aufzug geht kaputt. Und man muss hochklettern. Ganz klassische Situation, die man häufig im Alltag erlebt, würde ich sagen, oder? Rein da und... Oh, war ja. Was ist das denn hier? Wie sind's? Hä? Das ist ein Mund. Schon wieder. Das sieht aus wie so ein Monster von innen. Ja, wie so ein Dinosaurier oder so könnte das sein? Dinosaurier? Ja, Dinosaurier. Ich würde schon sagen. Ah, da bin ich in die Säure geflogen. Ist natürlich nicht so lecker. Dinosaurier-Kretze. Ja, genau. Das esse ich immer zum Mittag. Du hast die Kretze. Spongebob, der gute Klassiker. Irgendwie, das haben wir dann auch verstanden. Oh, hier war's nochmal knapp. Tack, und da sind wir weiter. Und wie läuft's bei dir da hinten? Äh, ich kann das erklären. Ja. So, und ich meine, das ist ja hier ganz leicht. Ich erwarte das jetzt hier zum ersten Mal. Ich bin auch noch gar keinmal runtergeflogen. Natürlich. Ich hab mir erst mal nur die Zähne angeguckt, weißt du? Ah, und? Was hast du fest? Ist alles gesund. Alles klasse? Ja, alles klasse. Deswegen, jetzt hab ich das hier locker easy gemacht. So, Checkpoint. So, Checkpoint einnehmen, ne? Ja. Oh, das war schon wieder hier eine grandiose Meisterleistung. Okay. Oh, hab ich's auch hinbekommen. Cool. So, dann geht's jetzt hier weiter. Also, die Abstände, die sind wirklich hart, kann man sagen. Die werden immer extremer, kommt mir so vor. Das kommt nicht nur dir so vor, sondern mir auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Okay, hier ist dann der Aufzug, der nächste. Einmal rein, bitte. Zack, nach oben. Und da ist Thomas dann auch endlich mal angekommen. Und muss ich erst mal eine Pause gönnen hier, ne? Nächster Pause. Weiter geht's hier direkt. Erst mal Checkpoint einnehmen. Sonst wird das hier noch gefährlich. Checkpoint einnehmen, natürlich. So, das heißt, hier entlang erst mal zack und zack. Sehr schön. Und jetzt geht's hier weiter zum Hotelschild, oder? Ja, sieht so aus, oder? Oder nach unten? Ich würd sagen zum Schild, oder? Ich springe... Ach! Ah, lol! Wie schlecht. Ich hätte nicht... Also, ich bin jetzt einfach dagegen gesprungen, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Aber so wie es aussieht, sind wir dann auch gleich fertig. Kommt auf die Buchstaben, dachte ich. Oh, warte mal. Äh... Ah! Hä? Hier ist irgendwie eine unsichtbare Mauer, oder so. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nach rechts. Anni, jetzt kam auf den Buchstaben drauf. Und zack, jetzt sind wir hier oben. Und wir sind tatsächlich ans Ende angekommen. Ja. Ach, echt? Ja, da oben geht jetzt die Party ab. Da können wir noch ein bisschen auflegen, alles Mögliche machen. Okay. Und zack. Leute, wir sind da. Siehst du mich? Wo bist du? Über dir. Nee, ich seh' dich nicht. Hä? Doch, ich seh' dich. Ja, siehst du mich? Hey, du fliegst. Ja, ich weiß. Hab ich bei dir auch so einen Weg, den ich bilde? Ja. Komm hier drauf. Kannst hier drauf. Nee, nee. Ey, das ist ja verrückt. Kannst du drauf? Du kannst ja nicht. Du lichtst da durch. Lol. Bei mir. So, jetzt sind wir oben, da hinten. Ja, wie du schon sagst, da geht die Party ab. Oh, erst mal tanzen und... Yeah, yeah. Und den Knopf drücken. Und den, und den, yeah. Oh, jetzt kommt die Hochphase. Und Jumppad. Wuhu. Oh, guck dir mal das Licht an, was ich angemacht hab. Oh, yeah. It's me. Du bist Mario. Wow. Speedy Gonzales. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich bin auf einmal in einer Area 51 angelangt. Ich würde sagen, ne? Jetzt warte, du bist da auf das Ding drauf gekommen. Ja. Also, wenn euch das Video hier gefallen hat, Leute, unbedingt liken, abonnieren auch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.